Wenn ich den Menschen erzähle, dass ich 4.800 Kilometer mit dem Rad non-stop fahren will, höre ich natürlich von allen, boah, was ist das für eine Distanz? Das hört sich leicht komisch an, aber ich wollte immer in meinem Leben irgendwas Besonderes machen. Nicht um andere von mir zu begeistern, sondern für mich selbst einen Weg zu finden, der mich zufrieden macht. Das Rennen in den USA ist ein 3.000-Mile-Nonstop-Bicycle-Rennen, coast-to-coast. Vor dem Rennen selbst habe ich Respekt, ganz bestimmt. Ich habe vor der Leistung, die alle Radfahrer in den letzten Jahren geleistet haben, wenn sie gefinished haben, großen Respekt und das will ich natürlich auch schon anschaffen. Die Zeit wird nie stoppen, bis du zur Schlussfolgerung in Annapolis getroffen hast. Die Zeit wird nie stoppen, bis du zur Schlussfolgerung in den letzten Jahren geleistet haben.